Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich die Profiltiefe bei so einem Outdoor-Reifen hier richtig nachmessen kannst, um herauszufinden, ob dieser überhaupt noch zulässig ist oder vielleicht sogar schon gewechselt gehört. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Desto weniger Profil jetzt auf so einem Reifen drauf ist, desto schlechter wird auch die Haftung und vor allem kann auch Wasser und Schnee schlechter verdrängt werden, wodurch natürlich das Unfallrisiko mit solchen alten Reifen um einiges höher ist, als wenn man welche mit einem richtigen Profil hat. In Deutschland gilt die gesetzliche Profiltiefe von 1,6 mm, da muss diese auf jeden Fall gewechselt werden, doch vom ADAC wird vorgeschrieben, dass man am besten Sommerreifen schon bei etwa 3 mm Profiltiefe und Winterreifen bei 4 mm Profiltiefe wechseln sollte. Ich zeige jetzt einmal drei Varianten, wie das Messen hier richtig funktioniert. Variante Nummer 1 ist mit diesem 1-Euro-Stück hier möglich, was einen groben Überblick über die Profiltiefe gibt, aber nicht wirklich allzu aussagekräftig ist. Die goldene Umrandung hier misst nämlich genau 3 mm, wie es ja vom ADAC auch empfohlen wird, dass man dann seinen Sommerreifen auf jeden Fall wechseln sollte. Wenn die goldene Umrandung hier gerade noch verdeckt wird oder sogar schon leichter rausschaut, ist es Zeit, dass man diesen Reifen hier wechselt. Auch ist wichtig, dass man in den Hauptprofilen hier misst und schaut, wo die abgefahrenste Stelle ist, also mal am besten überall durchtesten. Und bei mir kann man ganz klar sehen, dass hier vorne dieses Profil am stärksten abgefahren ist und die goldene Umrandung schon rausschaut, weswegen ich diesen Reifen auf jeden Fall unbedingt wechseln sollte. Die Methode mit der Münze hier ist also gut für einen groben Überblick, jedoch nicht wirklich aussagekräftig, wie tief das Profil jetzt hier genau ist. Hierfür gibt es jetzt zum Beispiel die Variante Nummer 2. Die meisten Autoreifen besitzen noch solche Abriebindikatoren. Das sind solche kleinen viereckigen Klötzer, welche genau 1,6 mm nach oben hinausschauen. Wenn jetzt der Reifen also schon stark abgefahren ist, wie bei mir zum Beispiel, können wir uns diese Klötzer einmal anschauen. Und wenn der Abriebindikator bei mir sitzt, hier natürlich wie am abgefahrensten an dieser Stelle, genau mit dem Profil hier übereinstimmen würde, wüsste ich, dass mein Reifenprofil noch genau 1,6 mm sind und dieser deswegen ausgewechselt gehört. Die Methode ist auf jeden Fall etwas aussagekräftiger als mit der 1-Euro-Münze, doch die dritte Methode ist mit Abstand die beste überhaupt. Hierfür benötigen wir einen sogenannten Profiltiefenmesser. Den gibt es noch in Alt mit normalen Zahlen hier oben angegeben oder auch schon in einer digitalen Version, wie bei mir jetzt zum Beispiel der Fall. Dieser funktioniert so ähnlich wie ein Messschieber. Der hat hier vorne eine kleine Messspitze und diese kann ich jetzt nach vorne in das Profil hineingeben und kann dann hier am Bildschirm ablesen, wie tief mein Profil jetzt wirklich noch genau ist Das ist mit Abstand die exakteste Methode überhaupt. Zuerst einmal muss ich diesen hier anschalten und dann auf einer glatten Stelle nullen. Also ich gebe hier oben jetzt mal mit meinem Daumen etwas Druck darauf, dass die Messspitze wirklich am Boden anschlägt und dann klicke ich hier auf Zero. Somit ist er hier wirklich exakt genullt, so wie es auch sein sollte. Danach setze ich diesen bei meinem abgefahrensten Hauptprofil wieder an. Das wäre jetzt hier außen bei mir der Fall. Gebe diese schön mittig hin, dass die Messspitze auch vorne schön in das Profil rein kann. Drücke von hinten etwas drauf und dann können wir sehen, 2,55 mm. Also eigentlich vom Gesetz her könnte ich mit dem Reifen noch weiterfahren. Doch vom ADAC empfohlen sollte ich diesen auf jeden Fall wechseln, was ich jetzt dann auch machen werde. Ich denke, du konntest sehen, dass es mit so einem Profiltiefenmesser wirklich am besten und am zuverlässigsten auch geht und diesen kann ich wirklich nur jeden Autobesitzer daheim ans Herz legen. Wenn du dir für zu Hause jetzt so ein Profiltiefenmesser hier zulegen möchtest oder vielleicht sogar, wie ich, neue Winter- bzw. Sommerreifen benötigst, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in dein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du also eins von diesen Untersilien hier dir zulegen möchtest, dann am besten einmal hier unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen. und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.